Hallo Leute und willkommen hier bei meAppleCat. Ich wurde öfters gefragt, ob ich nicht mal einen Tweak zeigen kann hier für den iOS 12 Jailbreak. Ja, der zeigt, wie man die Wischgesten vom iPhone 10 hier aufs iPhone 7 oder 6 oder 5s bekommt. Und ja, mache ich dann heute mal. Und es gibt noch einen Bonus. Ich zeige euch, wie ihr eines der absoluten Top-Features vom iPhone 10 hier auf jedes iPhone bekommt und zwar Face ID in Anführungszeichen. Also, legen wir los. Um tun zu können, was ich euch heute zeige, braucht ihr natürlich einen Jailbreak, Freunde. Wenn ihr noch nicht wisst, wie der funktioniert, ich verlinke euch das hier und auch in der Videobeschreibung. Da habe ich zwei Videos einmal, wie der generell funktioniert und ein Update-Video für das iPhone 6, 5s und 6 Plus. Also, da gibt es eine ganze Menge Geräte, die hier schon unterstützt werden. Und wir legen einfach mal los. Ich würde sagen, mit den Wischgesten. Ich habe die hier schon installiert und wenn ich jetzt von unten nach oben wische, komme ich hier ins Multitasking rein, kann ganz normal hier meine Apps wegstreichen, die ich nicht mehr haben möchte, kann wieder reinklicken und bin dann wieder draußen. Und wenn ich in der App drin bin, ihr seht schon, da habe ich schon was gespoilert, habe ich hier unten auch diesen Strichindikator, der immer zeigt, von wo aus man dann swipen muss, um dann entsprechend eine App zu schließen. Ja, das geht in jeder App. Ihr seht, ganz normal, das mit den Gesten hier funktioniert echt ganz prima und ganz hervorragend. Und ich kann natürlich auch hier zwischen den Apps so ganz leicht und schnell hin und her wechseln. Also, das ist eine feine Sache. Und der Tweak, ihr habt es eben schon ganz kurz gesehen, der nennt sich Fluidity. Und wo ist er? Da ist er. Also Fluidity, the UI for the rest of us. Also für alle, die kein iPhone 10 oder 10s haben, bekommen wir jetzt auch die Gesten. Man kann es einschalten. Man kann hier noch die Statusbar ändern, dass auch die diese Aufteilung hat, wie beim iPhone 10. Und ihr könnt diesen Home-Indikator, das ist hier unten der Strich, den kann man auch noch ausblenden. So, ich zeige euch jetzt mal, wo man den bekommen kann. Dafür gehen wir mal hier so ins Multitasking. Klappt ja alles ganz flott. Irgendwo müsste ich doch noch Cydia offen haben. Ach nee, habe ich geschlossen. Okay, kein Problem. Gehen wir kurz in den Cydia-Store. So sieht der Tweak aus. Fluidity 0.1.0. Und damit ihr den laden könnt, müsst ihr noch eine extra Repo, also eine Repository hinzufügen, eine Quelle. Die steht hier unten, Midnight Chips. Und ich zeige euch noch flott, wie das funktioniert. Dafür geht ihr hier unten einmal auf Quellen, dann geht ihr auf Bearbeiten, Hinzufügen und dann tippt ihr einfach hier die entsprechende URL ein. Und ich zeige die euch hier nochmal kurz. Das ist hier midnightchips.http.doppelpunktdoppelslash midnightchip.github.io slash repo slash. Also das tippt ihr dann einmal ein, geht auf OK und dann ist die Repo hinzugefügt. Und dann könnt ihr ganz einfach hier unten über die Suche dann nach Fluidity suchen und dann könnt ihr den Tweak installieren und die Wischgesten direkt verwenden. Super coole Sache. Wenn ihr übrigens sehen wollt, wie ich hier dieses coole, bewegte Wallpaper hinbekommen habe, schaut euch mal meine anderen Videos an, wo ich schon die ganzen Tweaks gezeigt habe, die hier so funktionieren. Da könnt ihr auch unter anderem diesen Tweak hier finden. Es sind ja so viele schöne Sachen, die man hier anstellen kann mit einem Jailbreak. So, also das hätten wir durch. Das sind die Wischgesten. Achso, eine Sache muss ich noch erwähnen. Hier gibt es noch einen kleinen Fehler bei der ganzen Geschichte. Und zwar, wenn ich jetzt von unten nach oben wische, natürlich kommt hier kein Kontrollzentrum mehr. Das ist ganz normal rechts oben angesiedelt, wie auch beim iPhone 10. Aber wenn ich da runter streichen will, dann, ja, crasht bei mir jedes Mal das Springboard. Also da muss noch ein Update nachgeschoben werden. Ansonsten funktioniert das Ding hier 1A. Ich muss nochmal neu starten. Das ist also noch ein kleines Manko bei der ganzen Geschichte. So, also auf jeden Fall, wenn ihr nur die Wischgesten wollt, dann klappt das ganz gut. Wenn einer von euch noch einen Tweak kennt, der problemlos funktioniert, ich habe jetzt hier nur Fluidity gefunden und denkt, ja, der klappt doch viel besser mit AppleCat, schreibt es gerne hier unten in die Videokommentare rein. Dann schaue ich mir den an und andere können sich den auch nochmal anschauen. So, jetzt kommen wir zum zweiten Feature. Jetzt zeige ich euch, wie ihr Face ID hier installieren könnt oder zumindest mal, ja, eine Gesichtserkennung über die Kamera. Wir demonstrieren das mal eben kurz. Ja, ich schalte aus, schalte ein und drücke hier nichts mit dem Homebutton, sondern, ihr habt es gesehen, gehe mit dem Gesicht einfach in Richtung Kamera und dann wird hier ratzfatz entsperrt. Und das funktioniert echt gut und echt zuverlässig. Also ich bin ganz überrascht, wie flott das doch funktioniert. Es gibt immer so ein, zwei Sekunden, so eine Gedenksekunde, aber dann klappt das wunderbar. Auch das ist natürlich ein Tweak, ein Jailbreak-Tweak aus dem Cydia Store, kostenlos und der hat den Namen Appellancy. Das ist der hier und den kann man sich runterladen, den Tweak einstellen und in den Einstellungen kann man noch ein bisschen was einstellen, wenn der ausgeschaltet werden soll, wenn Benachrichtigungen auf dem Lockscreen sind oder wenn man erst noch von unten nach oben wischen muss, damit das Ganze dann reagiert und so weiter und so fort. Und was hier ganz, ganz wichtig ist, was man am Anfang einstellen muss, ihr bekommt hier dieses App-Icon mitgeliefert. Ja, da geht man dann einfach mal drauf und ihr seht, da habe ich jetzt hier mein Profil angelegt, MiAppleCat und habe 55 Fotos von mir da drin gespeichert. So funktioniert das und je mehr Fotos einfach, desto besser und schneller und präziser werdet ihr erkannt. Also macht verschiedene Fotos, wenn man hier drauf geht und geht dann hier auf Start, dann werden hier immer nochmal, Gott, habe ich eine geile Frisur heute Morgen, dann werden hier immer 5 Fotos hintereinander aufgenommen von euch und ihr macht das dann am besten in verschiedenen Beleuchtungssituationen, aus verschiedenen Winkeln, sodass die Erkennung immer optimal ist. Der Hersteller sagt, 20 Fotos sollte man mindestens machen. Ich habe jetzt hier 55 und ja, wie man sieht, klappt das eigentlich echt gut. Ich probiere es nochmal kurz aus, einmal aus, einmal anmachen, reingucken und entsperrt ist das Ganze. Ist eine sehr, sehr feine Sache und jetzt zeige ich euch noch, wo ihr die feine Sache hier runterladen könnt. So findet ihr den Tweak im Sudia Store Appellancy, iOS 11 steht dabei, aber ihr habt gesehen, er funktioniert problemlos schon mit iOS 12 und auch hierfür braucht ihr eine spezielle Repo und zwar ist das Julio Wernes Repo. Habe ich euch ja schon mal gezeigt in einem früheren Video, aber wenn ihr die noch nicht habt, hier könnt ihr sie sehen. Julio Wernes Repo, HTTP, Doppelpunkt, Doppelslash, Julio Wernes.github.io und ein Slash. Das hinzufügen, genauso wie ich euch das eben schon gezeigt habe und schon könnt ihr den Tweak hier runterladen und auch auf dem iPhone 5s, 6, 6 Plus, iPhone 7, iPhone 8, ja, hier das Gesicht entsperren aktivieren. Ist natürlich nicht so sicher wie die Version jetzt beim iPhone 10, denn da werden ja 3D-Tiefeninformationen gemessen und hier, das sind einfach nur 2D-Bilder, im Prinzip so wie es die meisten anderen Android-Hersteller auch machen, aber es funktioniert und ist einfach mal was anderes. So, wunderbare Sache. Und das wäre es auch schon gewesen, Freunde, zwei echt coole Tweaks, mit denen ihr euer älteres iOS-Gerät, euer älteres iPhone ein bisschen aufpimpen könnt mit den Funktionen vom iPhone 10, 10s und 10s Max. Ich hoffe, es war für euch interessant, wenn ja, lasst mir ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei MiAppleCat. Macht's gut!